Moin moin, liebe Steam Deck Freunde da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, der Fabi. Und ich hatte ja schon vor Urzeiten ein Tutorial gemacht über den Heroic Game Launcher. Das hat sich ein bisschen überholt, beziehungsweise der Heroic Game Launcher bringt ein paar neue Features und so weiter mit sich. Und deswegen werde ich jetzt mal so einige Tutorials in der Zukunft ein bisschen auffrischen. Kurz zur Erklärung, was ist der Heroic Game Launcher? Der Heroic Game Launcher ist ein Tool, das könnt ihr euch herunterladen und dort könnt ihr dann ganz bequem eure Spiele von Epic Games, GOG oder auch Prime Gaming herunterladen, installieren und bequem auf dem Steam Deck nutzen, sogar im Gaming Mode. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch heute in diesem kleinen Tutorial. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Nachdem ihr euer Steam Deck eingeschaltet habt, müsstet ihr einmal über Ein und Aus im Menü in den Desktop-Modus wechseln. Und in Desktop-Modus aufgestartet, müsst ihr einmal in den Discover Store wechseln, also die Programmverwaltung von SteamOS. Meistens ist das schon in der Taskleiste angelegt, ansonsten könnt ihr hier auch über das Startmenü euch das Ganze raussuchen. So, in den Discover Store angekommen, geht ihr hier einmal auf Alle Anwendungen und dann sucht ihr euch den Heroic Game Launcher heraus. So, wir gehen da noch einmal drauf und da sehen wir auch schon, was damit alles möglich ist. Epic Games, GOG und Amazon Prime Games. So, das Ganze können wir jetzt einmal hier oben installieren, das geht auch relativ schnell. Und während das Ganze installiert, suchen wir uns nochmal ein anderes Tool raus, was nicht unbedingt zwingend notwendig ist, aber für das ein oder andere Spiel wird man es durchaus brauchen. Und das ist Proton UpQT. Was macht Proton UpQT? Also, wir nutzen ja Proton, das ist die Kompatibilitätsschicht, um Windows-Spiele auf Linux, also sprich SteamOS zu spielen. Und da gibt es verschiedene Versionen und viele Spiele brauchen unterschiedliche Versionen. Das Ganze, welche Version, wenn im Zweifel am besten läuft, könnt ihr euch auf ProtonDB am besten anschauen, ProtonDB.com. Dort gebt ihr dann den Spielenamen ein und dann könnt ihr schauen, gegebenenfalls auf User berichten, welche Version am besten für das Spiel geeignet ist. Und wir starten jetzt einmal Proton UpQT. Ich habe sie jetzt schon an dieser Stelle einmal installiert. Nur damit ihr es einmal gesehen habt. Also im Zweifel ist es nicht zwingend erforderlich. Und hier sieht man schon, ich habe verschiedene GE-Proton-Versionen. Das sind nicht die offiziellen Versionen von Valve, werden aber auch ständig von der Community weiterentwickelt und empfehlen sich für viele, viele Spiele. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel draufgehen, neueste Versionen hinzufügen. Und hier sehen wir schon eine Proton-Version 9-9, also die ganz neueste. Hier können wir uns auch nochmal eine Info anschauen, was dort zum Beispiel in den Release Notes drin stehen würde. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt drücken wir einfach mal installieren. Und dann haben wir schon mal GE-Proton-9-9 zur Verfügung. Das Ganze steht übrigens nur zur Verfügung nach einem Neustart. Das will ich jetzt an dieser Stelle nochmal betonen. So, dann können wir Proton UpQT einmal in den Hintergrund verbannen. Und dann wechseln wir einmal rüber zu Heroic Game Launcher. Das können wir uns jetzt hier einmal aus dem Menü heraussuchen. Und ich empfehle, gerade wenn man am Anfang viel damit arbeitet, würde ich es definitiv an der Fensterleiste anheften hier unten. Dann könnt ihr da jederzeit ganz schnell und einfach zugreifen. Ja, dann starten wir doch mal Heroic Game Launcher. Und hier sehen wir schon, unsere Bibliothek ist leer. Wir können uns in einen Store einloggen oder aufs Spiel manuell hinzufügen. Wir werden uns gleich mal in einen Launcher einloggen. Was ihr natürlich machen müsst, bei mir ist es jetzt schon auf Deutsch, weil ich noch bestehende Einstellungen auf mein Steam Deck hatte. Hier unter Einstellungen, also sprich Settings wären es hier in dem Fall. Wir setzen das Ganze mal auf Englisch zurück. Hier geht ihr auf Settings. Dann könnt ihr hier Deutsch auswählen. Hier könntet ihr euch auch noch ein verschiedenes Design raussuchen. Wir lassen jetzt einfach mal das Standard-Design. Ihr könntet hier auch noch eine Standard-Installations-Fort anpassen. Es ist gut zu wissen, wo das Ganze installiert wird, falls ihr zum Beispiel Mods oder sonstiges im Nachgang dort ablegen möchtet. Oder euch die, ich sag mal zum Beispiel, Savegames oder so raussuchen möchtet. Hier können wir auch noch mal zum Beispiel Proton oder Binärdatei auswählen. Brauchen wir aber in dem Falle nicht. Steam-Fort passt auch so weit. Und wir können zum Beispiel auch einstellen, Spiele automatisch aktualisieren, wenn Heroic gestartet wird, dass es in der Tats-Leiste minimiert wird. Also wir haben hier sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten beim Heroic Game Launcher. Eine ganz wichtige Einstellung ist, die würde ich empfehlen, damit ihr das Ganze auch problemlos im Steam Gaming Mode angezeigt bekommen, ist, ich würde hier nochmal aus dem Spiel automatisch zu Steam hinzufügen. So, jetzt gehen wir einmal auf Anmelden und melden uns einmal in einen Store an. Und wir nehmen jetzt erstmal Epic Games und hier dann dementsprechend einmal eure E-Mail-Adresse und euer Passwort eingeben und dann auf Anmelden klicken. So, liebe Freunde, ich habe mich jetzt mal in drei Stores angemeldet. Epic Games Store, GOG und Prime Gaming. Und jetzt können wir mal in die Bibliothek schauen. Und da sehen wir 282 Spiele und wir können hier dementsprechend einmal filtern. Mich würde zum Beispiel einmal interessieren, was habe ich überhaupt bei Amazon? Da wüsste ich gar nicht, dass ich was habe. Und guckt mal an Bannersager 1, 2 und Baldur's Gate 2 und noch ein paar andere Spiele. Und das ist schon mal sehr, sehr interessant. Hier gibt es wohl bei so ein paar Spielen keine Thumbnails. Aber wir wechseln mal rüber auf GOG und Epic Games. Und ihr seht, die Spiele, die nicht installiert sind, die werden grau dargestellt. Ihr könnt dann dementsprechend euch hier alles nochmal zurecht filtern, so wie ihr es gerne haben möchtet. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir installieren mal ein Spiel, um auszuprobieren, wie das Ganze nochmal funktioniert mit der Installation. Und da wählen wir uns einfach mal aus, ein Spiel, Alien Isolation. Und hier sehen wir dann auch schon dementsprechend, die Downloadgröße wird angezeigt, die Installationsgröße. Die Proton-Kompatibilitätsschicht wird hier auch angezeigt, also Platinum. Das heißt, das Spiel läuft wie volle auf dem Steam Deck. Und wir haben natürlich noch die Steam Deck-Kompatibilität eingegeben von Valve. Das Ganze ist also verifiziert. Und wir können das Ganze dann hier einfach installieren. Wir schauen nochmal beispielhaft in ein anderes Spiel rein. Zum Beispiel nehmen wir einmal Observer. Ne, doch, Observer heißt es. Und hier wird auch nochmal ganz kurz alles ermittelt, was an Daten dann dementsprechend zur Verfügung steht. Da muss man manchmal einen kleinen Moment warten. Der Zugriff ist manchmal nicht der schnellste. Manchmal kann er es aber auch nicht ermitteln. Und hier sehen wir, haben wir keine Daten hinsichtlich der Proton-Kompatibilität, beziehungsweise der Steam Deck-Kompatibilität. Das heißt, wir probieren das Ganze mal zum Beispiel jetzt mit diesem Spiel aus, installieren das Ganze. Hier können wir den Installationspfad natürlich dementsprechend nochmal festlegen. Würde ich aber nicht machen, ist nicht notwendig. Dann das Ganze einmal auf Installieren und schon geht's los. Das Ganze ist in der Warteschlange. Das heißt, ihr könnt also dementsprechend mehrere Spiele installieren. Jetzt nehmen wir nochmal zum Beispiel auch noch Alien Isolation mit rein, installieren das Ganze hier. Und dann gehen wir einmal in die Warteschlange hinein. Und dort sehen wir, Alien Isolation ist in der Warteschlange. Observer wird gerade heruntergeladen. Das dauert ein paar Minuten. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze läuft und auch in Steam eingebunden wird. Ja, und nach Abschluss sehen wir, das Ganze wurde heruntergeladen. Sowohl Observer, Alien Isolation und er hat im Hintergrund auch nochmal ein Update für GOG Galaxy gezogen, um das Ganze integrieren zu können. Und dann können wir das Spiel theoretisch starten. Wir gehen mal in die Bibliothek, beziehungsweise dann schauen wir uns mal an Observer. Und hier könntet ihr noch. Das nochmal als Hinweis. Hier steht zum Beispiel jetzt die Proton-Version. Die ist jetzt hier ungültig in dem Falle. Also da im Zweifel wählen wir einfach mal die aktuellste offizielle Proton. Die 9.0 ist jetzt als Beta. So, das passt dann soweit. Hier könntet ihr auch noch andere Einstellungen vornehmen. Sowas wie Mango hat. Aktivieren. Also das Overlay. Das kann man nochmal zusätzlich installieren, wenn man will. Steam Runtime verwenden und, 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 und. Da, wie gesagt, das würde ich immer nur nach Anleitung machen. Wenn ihr zum Beispiel das Spiel gar nichts zum Laufen bekommt, dann könnt ihr das Ganze hier soweit einstellen. Also da Proton-Version nochmal nachchecken, nachschauen. Das könnte auch übrigens, das habe ich vergessen eben zu erwähnen, in den Standard-Einstellungen für Spiele. Hier steht nochmal Änderungen. In diesem Bereich gelten nur für neu installierte Spiele die Einstellungen eines bereits installierten Spiels können über die Einstellung, wo wir gerade drin waren, angepasst werden. Also wir haben hier auch jetzt nochmal die Proton-Version eingestellt. Und dann versuchen wir das ganze Spiel doch einfach mal testweise zu starten. Und wir gucken mal, ob das Ganze denn auch so läuft. Übrigens, jetzt hat er sich doch noch die Daten gezogen, wie man hier sieht. Proton-Kompatibilitätsstufe Platinum, Steam Deck-Kompatibilität. Hm, also könnte lustig werden, könnte spannend werden. Wir warten es einfach mal ab. So, und jetzt wird er noch ein paar Sachen nachinstallieren, wie zum Beispiel DirectX oder ein Individual Basic und so weiter. Und es scheint jetzt installiert worden zu sein. Es dürfte jeden Moment starten, wenn nicht alles schief war. Wir minimieren mal das Ganze und gucken mal, was passiert. Und da haben wir es schon. Es startet jetzt das Ganze natürlich im Fenster. Das ist natürlich nur noch letzten Endes eine Einstellungssache. Bzw. das schien der Launcher gewesen zu sein. Und wir schauen mal weiter. Und wir sehen, das Spiel ist aufgestartet. Man muss natürlich gegebenenfalls nochmal dementsprechend dann die Sprache einstellen, wenn es denn möglich ist. Ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht gespielt. Irgendwann ja mal wieder. Ach, hier, guck mal, da können wir es. German einstellen. Apply. Und schon haben wir das ganze Spiel auf Deutsch. Und das läuft. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze in Steam im Gaming-Mode integriert wurde. Ja, und im Gaming-Mode. Ihr denkt jetzt, okay, das müsste vielleicht jetzt hier angezeigt werden unter neu installierten Spielen. Nein, so funktioniert es leider nicht, weil wir das Ganze ja als Steam-fremdes Spiel quasi integriert haben. Und dann geht ihr einmal dementsprechend, wie gesagt, einmal oder gezeigt, auf eure Bibliothek. Und dann könnt ihr ja hier oben mit den Schultertazen zum Beispiel durchscrollen. Steam-fremd. Und dann scrollen wir doch mal runter. Und hier sehen wir auch schon, Alien Isolation ist inzwischen dort auch gelandet. Und dann scrollen wir mal runter. Und hier habt ihr Observer. Und das Coole ist halt, man sieht es, das Ganze ist, na, komm schon, ist hier eingebunden. Schön mit Artworks, alles drum und dran. So wie es sich gehört. Und einen kleinen Tipp wollte ich euch auf jeden Fall noch mitgeben, damit ihr Heroic auch bedienen könnt, um nicht immer nur im Desktop-Modus rüber wechseln zu müssen. Ihr könnt ja auch Heroic Game Launcher ganz einfach add to Steam machen. Dann wird das Ganze zu Steam hinzugefügt und ihr findet das Ganze auch unter Steam-fremdes Spiele im Gaming-Mode. Das heißt, ihr könntet hier dann auch ganz bequem hinein wechseln, einfach auf Spielen klicken. Dann wird Heroic Game Launcher gestartet und ihr könntet hier auch nochmal ganz bequem im Gaming-Mode und die ein oder andere Einstellung vornehmen oder euch ein Spiel herunterladen. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Es war eine Auffrischung meines Uralt-Tutorials. Das setze ich dementsprechend einmal auf Old und verweise auf dieses Video. Also, liebe Freunde, ich bedanke mich mal fürs Einschalten. Hinterlasst gerne einen Kommentar, Abo und ein Like. Und schaut auch gerne auf unser Discord-Server vorbei. Der besten Steam Deck-Community Deutschlands. Und ich sage nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab, unterdecke und sage bis dahin, ciao, ciao.